ganz genau ja immer mehr der Mensch das kann doch nicht wahr sein Alter verpiss dich! wer ist unser Mann? sterb doch! äh guck gemacht was wie saß denn du nicht kacktisier da drauf? Aja da mal ran! was daran kackt ist da ist ein H-Rapper der ist bei B echt? ich kann damit irgendwie voll nicht umgehen weil das so nicht so auf Distanz geht einer musst du C ich und einer muss zu B da geh ich hin ähm hier ist ein feindlicher Thunder-Roll ja ich wollte grad sagen einer und einer muss einen feindlichen Thunder-Roll aufzustellen äh das mach ich ne das mach ich ach der haut eh schon ab ich hab 2 C4 ich hab 2 C4 also der haut doch eh schon ab ja und ich hätt meine Panzerminen genommen die machen mehr Damage als 2 C4 E4 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 Da ist einer hier bei A ??? ah der hat die Revolver hätte sich Schwarz-gehole keine Revolver gekauft boah das ist echt so nubig eyeeh Tanner ist ja bei A dieser hier bei A einer hier bei A A der hat die Revolver A der hat die Revolver er hat die Revolve gekauft Boah das ist echt so nubig ey I prait wel bei B und C leute ich gehe da gerade hin da ist ein harasser und irgendein typ leute was geht bei uns wer von uns liegt gerade nein ich bin ich ja warte mal kurz der sunday kommt alles wir schießen hier heute alter wie kann mich der kill mit seiner waffe das war eine nsfc ist bei uns in die bergen wird feuer umgeschossen egal ist q nee 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 ich war gerade auf meinem balkon und hab geschaut ach schlau mal her ich glaub der will mal mein c4 lecken klar man alter hab ich nen kill für ja ja weil du mich gekillt hast mit deinem c4 ja wenn der mich direkt da rein rennt alter alter den habe ich die ganze zeit angegriffen und dann glaubst du schon wieder ich geh mal ganz ehrlich da hört die freundschaft auf das war ne freundschaft ich bin direkt bei er ja dann rüber auf zurück hey welche vollidioten meinen hier andauernd dass sie uns ärgern können alter der hat mich echt noch gemessen ja weil er es kann und du nicht du hast irgendjemand auf dem dach gelandet das weiß ich das weiß ich kommt jetzt ey der santa muss hier irgendwo noch sein da da hinten im nord äh im osten bei b im osten ja halt im osten da ist auch b ja halt im osten da ist auch b boah alter ich mich jetzt auf jeden fall in santa töten er geht mir grad so auf den senkel wo sind wir ja da hinten oh man ey was hat der santa für ein geschützt drauf jetzt dass sich gekillt hat das hat mich ja nicht gekillt ja und wie ist das keiner bei a wo ist denn das scheiße an die ach einer ist bar ne der ist schon down in der nähe also wie du uns einfach alle die punkte closed nein wo ist denn der ach mal hinter mir ja genau das war komisch der regt mich grad auf bei b schon wieder ganz ehrlich die typen können es keine ja ein rabbel kommt scheinbar nimmer rein doch kill den schade boah für mich zu genade keine ahnung hier wer explodiert sie nicht ach das war so eine komische täuschgranate äh täuschgranate ne mozi mein ziti grad explodiert ist nein mein titi hier immer noch rumfliegt ein ingi könnte hier ein terminal wieder reparieren sorry ich spiel nicht so was oder zwei ja du nicht aber ich weiß wer das war mein c4 damit habe ich gerade ein terminal fast gesprengt alter ne also wir könnten hier unten echt mal ein ingi gebrauchen wo naja ja ähm unten weil die vk terminale ist da sind alle drei terminale ist hin ok ach dieser leut ähm kann mich mal nochmal jemand killen ich ich habe diese scheiß wiederbelebungsanfrage nämlich drin äh was er hat mich gekillt oh cool du wolltest du dass du jemanden killst ja ja passt jetzt haben wir gerade hier noch nein nein unsere Libby ich wollte gerade sagen jetzt haben wir hier auch noch Luftunterstützung ja wir gehen trotzdem zu Endes Material Sturridge ich hole mir den Harasser und das heißt kann ich mitfliegen ähm ja klar ich fliege in deinem komm schon alter also ich nehme meine Reva Punkte geht los hey mann ich möchte äh Chris möchtest du hier rein Manuel es wäre ich besser gewesen ich hab dir auch mal so viele Punkte geklaut warte mann ich geh doch schon hehehe ich wollte gucken rein nein geh doch auf die kack 3 ach da bist du schon ähm Manuel ne ich muss dich anzunehmen ok ist schon gut weil es teilt manche das ist aktuell ne äh der Wegpunkt gut ey Asnari hast du auch schon was von aktiver Sterbehilfe gehört hast du schon mal was von aktiven Report gehört oh Junge nein nein nicht so schnell alter ole ole äh kommt gerade ne Moskito ja töte sie ja töte sie ich hab grad keine Flares aktiv warte bleib steht ich glaub eh die landet da jetzt gerade jaja die nein warte bleib mal ganz kurz stehen ne bleib ich nicht weil das ne Moskito markiert ja super markiert ist ja schon die ganze Zeit die Moskito ey noch eine hinter dir ja ach nee ey kannst du echt kannst du mal ganz kurz stehen bleiben nein nein kann ich nicht ich kenne dich wäre cool ja diese Panzer wieder sind Feinde wo sind Feinde wer ist Ingenieur äh Chris Chris du bist Ingenieur ja kannst du mir vielleicht Munition geben hä Munition ich brauch Munition ja oh komm blau auf gelbem Hintergrund sieht mich nicht das ist schnell zum baum waschen ich bin tot ich bin so gut wie tot ich bin nein nein jetzt habe ich nicht spornlos Boah Alter Alter Ölzü noch immer komm alter komm das war nur ein Kill den willst du doch nicht KÖZEN IH warte mal Chris ich retz dich noch pass auf Manuel ja ich retz dich du kannst mir schnell munition kriegen da ist doch einer gut das muss uuuhh bei dich ja ey du dreckiger scheiße nero geh auf geh da hinten geh da hinten geh da hinten geh da hinten leg mir bitte hier munition hin los dieser scheiß Sandi ich weiß es nicht bitte munition ach danke hey man das kann nicht sein richtig scheiße bin ich gerade heißt der fliegen ist nicht von meins gerade kommst du mit? denn war noch mal einer wir essen die vier und die drei hat einer von euch beide spawned rechte also ich bin dauernd äh pass auf der hat ein Granatwerfer äh was ist? ja dreck alles dreck ist fünf komm wollen wir die mal zerbomben Chris du fliegst ja das war ich ja Sandi na Chris fliegen ist glaube ich nicht unbedingt die beste Idee ne ich meine ja den anderen Chris ja meine ich doch ganz ehrlich also ich weiß nicht Chris mit wieviel Frames kannst du fliegen ne ich hätte doch mal ein C4 Alter du kannst mit dem C4-Hempel nicht umgehen vergiss es ich sagte warte ne man ich sterbe warum denn weg oh ja ok ich lass dich wo kommt da eben mal so ein Arschloch um die Ecke äh ein C4 hab ich noch hierhin kann man noch ja genau du willst mit Schengern mit C4 austalten das glaube ich auch äh Chris holst du jetzt deine Libby dann fliege ich wieder für dich ja alter das kann nicht sein ja ok dann komm schnell hoch in unseren spawn ja äh ich meine ja rund ja doch hoch ich muss nicht die Sandi ist der down mh der Sandi ist glaube ich explodiert ja ja ich komm jetzt sofort zu euch ich komm jetzt komm mal äh Chris oder ne äh Felix komm mal in den Raum gleich ich kümmer mich hier ich wollte mich hier gerade um ne schwere kümmern in welchen Raum ins spawnraum damit ich hier den Libby holen kann ich bin doch schon lange hier oben alter wie viele laufen da wohnen da ist wegen uns Sandi ui ne Frage ist doch ja den wollen wir doch jetzt sofort zerbomben ja alter den hört man doch von hier schon aber man sieht den nicht äh ja hab ihn äh aber ich hab nen Luftabwehr geschützt den müsste man mit ner Libby platt machen äh unten fettn Lacken los komm die zerbomben wir jetzt alle ja dann hol deine Libby hab ich hab ich du musst halt noch lebend landen fuck ja der kennt mich eh grad nicht nur zufällig ne ähm ähm du weißt dass die Moskite dich verfolgt ja das weiß ich ach komm komm wir machen jetzt erstmal den Stand komm jetzt steig doch mal ein Mann wie sollte ich denn einsteigen ich war hier oben oh ja klar ich war dir hab die ganze Zeit da oben auf dich gewartet doch du kamst nicht warum geht die Oma wo wir müssen also jetzt nicht du sein der Typ boah da müssen wir direkt vom vom Wob geht aus hm wirst du dir wieder einen holen kannst ja die überholen uns die überholen uns die überholen uns neiiiin ey ich hol mal schnell diese scheiß lightning das kann nicht sein du weißt du jetzt ist kein Feind da und das schießt wie die Mosi ab hm das hab ich mitgekriegt dass sich die Mosi angeschossen hat die angeschossen abgeschossen ja ich war mitten in der Explosion mit dabei aber ich hab nicht so wirklich gesehen wer noch alles wo ist denn der lightning eigentlich hin wo ist denn der lightning eigentlich hin der ist tot wieso naja ok von wegen für den Sundy lohnt es sich das C4 nicht ja 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 tut's auch nicht ey der Sundy der Sundy der steht C ich hab aber jetzt kein C4 mal schaust fuck der steht direkt hinter C4 alter kann ich sein ich bin down ähm komm mal bis hier jemand mit mit C4 und zündet dann ich leg da auch kurz mal jetzt fällt C4 drauf lol ah Asnaris ist offline also mein internet ist jetzt weg nein mein internet ist noch da aber ist gleich weg ja weil es mich nervt ich hab keinen Bock meine KD noch schlechter zu machen als ich sie gerade schmarr lol ach weißt naja und tschau ähm wir machen noch wer nimmt jetzt noch auf ja ich nehm schon noch mit auf aber nicht mehr lange ich hab jetzt zwei Stunden gleich und dann höre ich auch auf weil zwei Stunden reichen für acht Tage ich werde eh möglichst jedes Wochenende aufnehmen wo ist das ganze ich geh dann in einer Stunde wieder rein boah der Sundy der das gibt jetzt erstmal gleich saftige Punktchen erfrischer irfrisch wenn ich wüsste wo der Sundy der ist war klar ich sterb heute Woche nur okay jetzt braucht er noch ein hit ja aber keiner kommt das nach hinten ja genau ich komme ja nicht mal eben aus dem spawn raus genau du erst drei leute kontinuier strecken oder eine bouncing betty nur noch okay so dann gehen wir jetzt mal noch schnell b holen dann dauert das nämlich wieder ewig und damit doch so schnell kann man zwei stunden vier minuten dass mein counter dazwischen war vielleicht zehn sekunden pause zwei minuten zu spät angemacht da habe ich genug folgen für eine woche dann abschied ich mich hier bitte natürlich wieder um likes und auch abos wenn ihr lust habt wenn ihr diesen kanal mehr sehen wollt morgen wird oder ich weiß nicht wann die folge rauskommt vielleicht kommt ja auch im sonntag raus wie immer jeden sonntag noch das best of das robin eigentlich immer erstellt ich weiß nicht ob er schon fertig damit ist soweit ich weiß nicht und dann sehen wir uns nächste mal wieder ciao ciao ciao